Wir waren auch in Dänemark. Mama und Merle haben da gefischt. Das war sehr, sehr kalt, das Wasser. Der Ort heißt Gold Hawaii oder Klittenmüller. Das war unser Haus, auf dem Campingplatz. Alter, cool, da sind wir gefahren. Wir sind durch den Tunnel gefahren und dann wieder raus. War das toll? Ja. Hast du geschrieben? Ja. Hast du Angst gehabt? Nee. Cool. Wie war das? Cool. Erzähl mal, was habt ihr gemacht, Morten? Was habt ihr denn gemacht? Wir waren in Tunnels gefahren und dann so schnell gefahren. Wie schnell denn? Wie schnell? Suchen wir so einen guten Baum. War das cool, Merle? Ja. War lang? Ja. Es war total kurz, aber lang. Das war das erste Mal, dass wir Achterbahn gefahren sind. Es geht gleich runter. Es geht gleich runter, Leute. Ich schrei jetzt schon. Das war das zweite Mal, dass wir gefahren sind. Krass, schnell war das. Mein Herz hat gedacht, wir fliegen. Das war das letzte Mal, ... 注 Dann wollte ich ihn immer noch mal fahren. Oh, das ist doch geil! Da muss ich davon nicht. Oh, das ist doch cool! Alles gut? Da bin ich trock gefahren. Da bin ich mit dem Jala allein nach der Bahn gefahren. Oh, die war doof. Warum? Weil da dürfen nur Erwachsene mitfahren. Aber war krass schnell, oder? Ja, so schnell gucken. Sind die da drauf? Ja, die sind da drauf. Jetzt schreien die ganz schön lauter. Mama hat ganz schön laut geschrien. War ja auch schnell. Ja, ich lebe, Mama. Achelchen und Igel, die haben da gewohnt. Da ist die ganze Familie. Wir hatten viel Spaß. In Faroub. Dann sind wir nach Skalrop gefahren. Da bin ich auf dem Pony geritten. Wer auch? Die war nötig. Da hab ich geschnitzt. Und was? Mein Zug. Das war ne große Düne. Sieht aus wie ne Wüste. Da war es ganz windig. Wir sind mit der Treppe darauf gespaziert. Das war ne schöne Reise. Das war ein schöner Tag in Dänemark. Das war ein schöner Tag.